Und wir machen direkt weiter. Jetzt habe ich jetzt schon meine neue Maus. Oder, naja. Ja, es ist eigentlich eine neue Maus. Egal. Ich möchte weiterspielen. So, alle sind wieder ganz, komischerweise. Und wir sollen jetzt gegen Anti-Tank-Basen vorgehen, soweit ich verstanden habe. Smoky. Untouchable. Allcat. Cabot. Woohoo, einmal durch das Ding durchfahren. Ja, wer sind wir? Ja, ist er doch. Und... Ha. Das war sie dort. Äh, super, super, super. Wo muss ich hin? Wo sind noch welche? Oh. Ah. Okay, das war zu spät. Egal. Ich habe zum Glück gehört, es ist noch eine Panzermission. Oh. Geil, mit einem Schuss. Und da unten sind noch zwei. Schade, daneben. Treffer, und Treffer, und Treffer, und Treffer. Oh, und sogar... Scheiße, ich komme hier nicht runter. Oh, das war wirklich knapp. Äh, da oben ist der... Ich hoffe, das war einer... Den wir... Auch schießen sollten. Ups, der war etwas hoch. Zwei Treffer, und das Ding ist down. So, wo mussten wir hin? Geil. Äh. Okay, die haben für uns die... Panzerstellung ausradiert. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine. Juhu. Und dort. Und wir fahren weiter. 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 Ich glaube, es war jetzt ein Fehler. Ha. Oder vielleicht auch eine gute Idee. Ja, es war eine gute Idee. Oh. Da unten. Wieso schießt mein Bordschütze mir alles weg? Ich möchte doch den Spaß haben. Egal. Sind schon alle kaputt. Naja, das Cockpit ist irgendwie etwas beklemmt, muss ich sagen. Äh. Super. Wie stehe ich jetzt? Das ist total geil. Total. Hier, wie ein Kinn. Scheiße. Er schießt mich da ab. Äh. Und wo überhaupt? Ach, da unten. Treffer. Okay, den kann ich dann mal nicht mehr abschießen. So. Wie heiße ich? Bin ich der Zebra? Oder wer bin ich? Oh. Scheiße. Stefft mich durch die Augen, Commander. Naja. Wir spielen hier auch ja auch regulär. Wo geht's? Äh. Oh. Ich würde sagen, hier ist die Map zu Ende. Ja. Krass verfahren. Und wir fahren weiter, 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 weiter. Oh. Zwei Panzer. Ganz schlechte Idee. Oder? Gute Idee. Keine Ahnung. Kann man die überfahren? Ja, man kann die überfahren. Das war jetzt zwar etwas übertrieben. Aber egal. So gut wie tot. Perfekt. Perfekt. So. Was müssen wir jetzt noch mal? Oh. 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 Tunisia, 1943. Gaining momentum, the Allies press Rommel's Afrika Korps into the Marath Line, a 22-mile stretch of defenses in eastern Tunisia. Having lost their main supply base in Libya in January of 1943, the Afrika Korps prepares to hold their ground on two sides, as they are now trapped between the American forces to their west and the British Commonwealth forces to the east. Despite these advantages, the Allies must proceed with caution, for the local terrain favors the defenders, the defenders. Oh! Scheiße! Auf alles draufhalten, was bewegt! Ah, 35 bis 35 Grad müsste das sein. Oh! Scheiße! Scheiße! Nein! 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 Weg hier! Weg hier! Boah! Was soll das überhaupt? Und weiter feuern! Einfach nur auf alles drauf! Sperrfeuer! Und weiter feuern! Einfach nur auf alles drauf! Sperrfeuer! Ja! Und schön auf alles, was explodiert! Ha! Geil! Man kann hier die Teile runter schießen! Oh! Und... Ich hab ja auch drauf, was soll ich nicht mal auf alles drauf machen! Oh! 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 Wir schießen uns einfach nur ab. Wir sind am Arsch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wir haben ein dickes Problem. So, jetzt können wir weiterspielen. Was haben wir denn als zweite Waffe? Oh, haha. Ähm. Oh. Ja, wie wär's, wenn man zielt und tot ist? Ach, boah, ich dachte, das wäre ein Fall. Weg hier. Okay, die wären's. Wies. Ölfässer. Äh, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Wo sind die? Super. Egal. Ich wechse vielleicht lieber mal auf die Sniper. Wenn es ein Sniper-Wap ist. Ach so. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, nein. Okay. Okay. Wo fangen wir denn hier durch? Ich bin. Oh. Granate. Weg hier. Wir müssen halt halt uns einfach nicht hier durchkämpfen und. Oh. Kommt. So. Qua. Verdammt, wo seid ihr? Da. Oh. Wie wär's. Das ist gar keine gute Idee, hier einfach so rumzulaufen. Granate. Was machten die denn da oben? Was machten die denn da oben? was machten die denn da oben? Das ist gar nicht so rumzulaufen. Und wir werden heute und durchgeführt werden. Oh. 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 Oh.